Mann, Mann, Mann. Es ist zum Verzweifeln. Es gibt einfach kein gutes Personal mehr da draußen. Moment, ist es nicht eher so, dass Sie die guten Leute nur nicht bekommen? Was soll das denn heißen? Es ist wohl jetzt wieder meine Schuld, hä? Die Personalabteilung, die verbockt das doch. Äh, nein. Sie sind nicht ganz unschuldig dabei. Im Englischen sagt man so schön, it takes two to tango. Was? Tango? Und was redet der denn jetzt da? Das bedeutet, dass immer zwei dazugehören. Nicht nur die Personalabteilung, sondern auch Sie. Sie als Führungskraft. Alter, Unsinn. Ich zeige Ihnen mal die sechs Recruiting-Fehler, die Sie als Chef unbedingt vermeiden sollten. Na, da bin ich ja mal gespannt. Viele Unternehmen denken bei der Rekrutierung noch immer in alten Mustern. Man schaltet eine Stellenanzeige und dann wartet man halt, was zurückkommt. Die Amerikaner sagen dazu, post and pray. Dann filtern die das dann noch ein bisschen, laden sie irgendwelche Leute ein. Und dann quält man die Bewerber und Bewerberinnen mit Tests und fiesen Interviewfragen. Und derjenige, der am längsten durchhält, ja, den stellt man dann ein. Ja, und was ist daran so falsch? Naja, dann ist meistens keiner mehr übrig. Ach, Unsinn. Sollte denn dann keiner mehr übrig sein? Dazu kommen wir gleich beim nächsten Fehler. Aber ich möchte hierzu noch eins anmerken. Bitte behandeln Sie die Kandidaten wie Ihre Kunden. Wenn Sie eine Anfrage von einem Kunden bekommen, dann warten Sie ja auch nicht drei Wochen, äh, bis noch irgendwas anderes reinflattert. Und sortieren dann alles erstmal. Nein, Sie melden sich gleich beim Kunden. Richtig? Ja klar, Zeit ist ja schließlich Geld. Sonst geht der ja zum Wettbewerber. Aha, merken Sie was? Äh, nee, was denn? Vielleicht verdeutlicht der zweite Fehler besser, was ich meine. Was Kandidaten am meisten hassen am Bewerben, das ist die Zeit zwischen dem Erstinterview und der Reaktion. Man wartet einen Tag, zwei Tage, eine Woche, zwei Wochen. Und dann fragt man sich, ob die einen vergessen haben. Und nach vier Wochen sagen die dann, ja, wir haben uns jetzt entschlossen, sie zum zweiten Interview einzuladen. Sowas sendet ein fatales Signal an die Bewerber. Die fragen sich ja dann, was ist denn das für ein Laden? Wenn die drei Wochen brauchen, um auf meine Bewerbung zu antworten, wie soll das denn dann erst werden, wenn ich dort im Vertrieb arbeite und so ein Verkaufsangebot genehmigt haben will? Brauchen die dann auch so lange? Die Bewerber haben dann schon keine Lust mehr oder haben bereits schon lange einen anderen Job gefunden, weil ein anderes Unternehmen schneller war. Ach, das ist doch Unsinn. Die anderen Unternehmer, die haben doch die gleichen Prozesse wie wir. Sind Sie sich da so sicher? Also, ich würde darauf nicht wetten. Hm. Die Zeiten haben sich einfach geändert. Die Leute sind in Zeiten von Amazon und WhatsApp viel weniger tolerant geworden, was das Warten angeht. Man erwartet Lieferungen schon am nächsten Tag und Antworten, tja, innerhalb von zehn Minuten. Zehn Minuten? Wir haben ja auch noch andere Dinge zu tun. Natürlich ist das ein wenig überspitzt ausgedrückt, aber Sie verstehen, was ich meine. Zwei bis drei Wochen zu warten, bis der Kandidat oder die Kandidatin eine Rückmeldung erhält, das ist einfach viel zu lange heutzutage. Die guten Leute, die werden nicht so lange verfügbar sein. Die bewerben sich ja nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei anderen Unternehmen. Unsinn. Wenn die sich hier bei uns bei der Flytronik bewerben, bewerben die sich nicht irgendwo anders. Oh je. Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie eine Person irgendwie sympathisch fanden, aber nicht so genau wussten, warum? Dann kann es nämlich gut sein, dass Sie dem Ähnlichkeits-Bias zum Opfer gefallen sind. Dieser besagt nämlich, dass wir Menschen bevorzugen, die uns selbst ähnlich sind. Im Privatleben kann das ja durchaus sinnvoll sein, aber beim Einstellen neuer Mitarbeiter, da kann es eher hinderlich sein. Es verleitet Entscheider zu falschen Annahmen und sie überschätzen ihre eigene Recruiting-Kompetenz. Ach was, ich erkenne doch Potenzial bereits nach zwei Minuten. Ganz genau, so ein Schwachsinn kommt dabei raus. Jetzt ist aber gut. Glauben Sie mir, unser letzter Kandidat, der war super, habe ich sofort erkannt. Okay, warum war er denn so super? Na, der hat dann ja gleich noch nicht studiert wie ich. Und privat bastelt der auch noch an Pumpen herum. Also genau wie ich. Wahnsinn, oder? Sie sehen, das sagt nichts über die eigentlichen Fähigkeiten des Kandidaten aus. Natürlich kann das auch in die andere Richtung ausschlagen. Beispielsweise, falls der Bewerber keinen Anzug beim Gespräch anhat oder ein Tattoo sichtbar ist. Das heißt aber nicht, dass das kein guter Mitarbeiter wäre. Ja, oder wenn der Bewerber aus der gleichen Stadt wie meine Schwiegermutter kommt. Ja, den habe ich gleich wieder nach Hause geschickt. Unternehmen leben von der Diversität ihrer Teams. Und es sagt nichts über die Arbeitsleistung einer Person aus, nur weil sie aus der gleichen sozialen Schicht kommt oder so aussieht wie sie. Ich weiß nicht warum, aber sie gefallen mir. Hier ein kleiner Tipp für alle, die sich demnächst bewerben möchten. Versuchen Sie ein paar Informationen über Ihre Gesprächspartner herauszufinden und schauen Sie, wo es Ähnlichkeiten gibt. Hobbys, Interessen, Kleidungsstil. Und dann, dann spielen Sie diese Karte im Bewerbungsgespräch aus. Viel Erfolg. Als Führungskraft müssen Sie beim Thema Mitarbeitersuche so früh wie möglich involviert sein. Headhunter Christopher Funk, der spricht hier von Extreme Ownership. Also Sie als Führungskraft müssen für den ganzen Prozess sich verantwortlich fühlen. Weil oft, wenn hinten nichts rauskommt, dann stimmt irgendwas am ganzen Prozess nicht. Dann heißt es immer, die Personalabteilung, die, die findet keine guten Leute. Es gäbe keine Recruiting-Budget und, 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 was weiß ich nicht alles. Ja genau, das sage ich auch immer. Die kriegen da einfach nichts gebacken in der Personalabteilung. Ja Moment, sind Sie denn von Anfang an bei der Definition der Stelle mit dabei? Sprich, sind Sie sich im Klaren darüber, was Sie überhaupt brauchen? Ja, aber dafür haben wir doch die Personalabteilung. Ja, aber woher soll die Personalabteilung denn genau wissen, was Sie gerade suchen? Sie suchen ja dann irgendwelche Stellenbeschreibungen von vor fünf Jahren raus oder kopieren eine aus dem Internet und stellen die dann online. Passt doch. Nee, passt nicht. Das ist doch viel zu allgemein und stimmt nicht auf Ihre Anforderungen. Sie werden da nur unpassende Bewerbungen erhalten. Und dann am Ende kriegt die Personalabteilung die Schuld. Dabei hätten Sie von Anfang an die Rahmenbedingungen doch festlegen sollen, oder? So was habe ich keine Zeit. Dafür habe ich einen Assistenten. Ja gut, dass Sie das ansprechen. Gleiches gilt nämlich auch für die Bewerbersichtung. Überlassen Sie das bitte nicht Ihrer Assistenzkraft oder der Personalabteilung. Warum denn nicht? Ein gutes Beispiel ist die Gehaltsangabe. Wer das angibt, hat ja gleich eine schlechte Verhandlungsposition als Bewerber. Und ein guter Verkäufer, der weiß das. Und der lässt es bei der Bewerbung weg. Die Assistenz- oder Personalabteilung sieht das dann und sortiert die Bewerbung sofort aus, weil sie unvollständig ist. Ha! Keine Gehaltsvorstellung angegeben. Sofort in den Reißwolf. Das ist nicht böse gemeint. Die gehen bei der Sichtung halt die Anforderungskriterien durch. Aber so entgeht Ihnen die Chance, überhaupt mal einen Blick auf den oder die Kandidatin zu werfen. So, so, Gerob. Und wenn ich das alles so beherzige, bekomme ich dann nur noch gute Mitarbeiter? Nicht ganz. Damit ist nur das Fundament gelegt. Jetzt müssen Sie aber die ganzen guten Leute auch noch finden. Und dazu bringen, sich bei Ihnen zu bewerben. Ist doch einfach. Wir schalten ein paar Stellenanzeigen. Ja, ja, schon. Aber wo? Und wie genau erreichen Sie denn die richtig guten Leute? Ich rede jetzt nicht von Online-Stellenbörsen oder Xing bzw. LinkedIn. Es gibt da eine richtig gute Technik. Aha! Und die wäre? Das zeige ich Ihnen in diesem Video hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Der immer mit seinen Cliffhanger.